Die Arrelson Archives, das größte internationale Archiv für Opfer und Überlebende der NS-Zeit, hält jedes einzelne Schicksal am Leben. Wir haben vor, alle Namen, die in unserem Archiv sind, bis 2025 indiziert, Verschlagworte zu haben. Dafür braucht man Hilfe. Alles, was da so drin steht, tragen wir in ein Online-Register ein, damit die Personen auch gefunden werden können. Jeder Name zählt, ist ein Projekt, bei dem jeder von zu Hause aus teilnehmen kann. Helfen Sie uns dabei, in nur wenigen Minuten eine Vielzahl von Opfern der NS-Verbrechen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.